Ein Doppelnamen. Jeremy Pascal. Geh ab auf dein Zimmer. Oh nein, Jeremy Pascal, komm. Hilfe, wir werden alle sterben. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar machen wir Raft. Mit wir meine ich mich und... Dummy. Dummy. Dummy ist da. Ja. Ähm, Welt erstellen. Ach so, Randinfo, dieses Let's Play erscheint abwechselnd. Das heißt, die erste Folge, obviously, bei mir. Zweite Folge, dritte bei mir. Vierte? Richtig, bei Dummy. Ich glaub, ihr habt's. Du müsstest dann joinen können. Ich hab Loading. Ja, die ältere Biss kann ich reintönen. Ist ne Weile her, dass wir das gespielt haben, aber es soll viel Neues gehen. Wir haben es mal im Livestream zusammengespielt, das war auch lustig. Stimmt. Aber irgendwann war's noch langweilig, also... Ich spinn auf meinem Floß. Mein Floß und ich... Floßi, Floßi, Floß. Ja, beeil dich, da kommen dicke... Och, hallo, unser Freund ist auch schon da... Da kommen dicke Fässer. Floß, lade schneller. Oh, da war ein Leck. Du bist gejoined. Es fällt dir ein, einfach zu joinen. Hallo, hallo. Hat am Anfang einen Haken? Du hast Rasterzöpfe. Hä? Du hast Rasterzöpfe, du bist schwarz. Du hast Rasterzöpfe und einen Bart. Aber du bist ein Kerl. Bist ein Kerl, hab ich eine Frau. Du bist eine Frau. Ich habe keinen Unterkörper. Das ist ja interessant. Ich auch nicht. Warum kann ich das nicht mit dem Haken werfen? Weil ich war einfach nur zu blöd. Weil die doof bist. Genau. Hier, da kommt unser Freund. Möchtest du den Zuschauer sagen, wenn unser Freund heißt? Unser Freund heißt Jeremy Pascal. Jeremy. Oh, nein, 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 nein. Da haben Sie mich eben schon einen Namen überlegt. Es ist Jeremy Pascal. Wir hatten erst über das klassische Kevin nachgedacht. Oder über Rüdiger. Wir wollten halt was Modernes, haben wir gedacht. Ja. Warum immer die älteren Namen nehmen. Man kann auch mal was Modernes nehmen. Wie geht denn das hier nochmal? Ach so, auf E-Kart drauf. Hä? Ich bin voll raus. Ich aber auch. Wenn ich noch einen Seil, einen Kunststoff habe, dann kann ich einen Paddel machen. Ich glaube, Paddel ist gut, ne? Aber Bauhammer ist auch gut, ne? Wollen wir jetzt sagen, Bauhammer wäre doch ein bisschen... Ja, dann brauchen wir mehr Palmen. Ja, schnapp dir mal ein paar Fässer. Ich hatte schon ein paar. Was brauchen wir nochmal für einen Bauhammer? Seile und Planken. Ja. Ach, jetzt habe ich hier Musik. Ich glaube, ich habe die Musik aus. Kann das sein? Nein! Komm zu mir, du blödes Fass! Ich habe es fast verpasst. Ach, dieses Floß ist definitiv viel zu klein. Ja, finde ich auch. Mach mal ein Bauhammer. Okay, das Fass habe ich. Auf deiner Seite kommt ein Fass. Wollt's ja nochmal sagen. Ach so, machen wir das so Seitenaufteilung, oder? Ja, eigentlich nicht, aber ich wollte dich darauf hinweisen, dass... Weil es ist ja auch blöd, wenn ich jetzt alle... ...alle Fässer nehme. Ich hatte schon quasi zwei, als du gerade gejoint bist. Du, das macht doch nichts. Wir teilen doch eh... Nein! Wir bauen getrennte Floß... Flöße. Flöße. Stimmt, wir könnten Floß bauen, was so... Was so wie so eine Handtick quasi aufgebaut ist, was in der Mitte halt so mit einem Einstieg breit noch verbunden ist. Und dann hoffen wir einfach, dass Jerry und Pascal das irgendwann durchbeißen. Und dann haben wir zwei Flöße. Und dann trennen sich irgendwann unsere Wege. Echt? Das Let's Play startet zusammen und dann gehen wir erst so getrennte Wege. Das Erste, was wir machen, daran arbeiten, dass wir getrennt werden. Echt so? Ey, warte mal, weißt du, was auch wichtig ist? Ja. Ja, so ein Grill und so ein Wassergedöns, ne? Achso, ja. Nein, Jerry und Pascal greif mich gar nicht an. Der greift irgendwann das Floß an, ne? Arbeitest du jetzt an dem Hammer, dann würde ich mir das halt erst mal sparen. Achso, ja, ich hab den Hammer doch schon. Achso, ja, dann mach mal ein bisschen größer. Das Floß. Wenn du was brauchst, sag es. Ja, Plank und Kunststoff. Da kommt die erste Insel. Ähm, dann mach... Hey, wir. Ich mach mal ein Paddel, ja? Damit wir da hin paddeln können. Ich glaub, das ist eine gute Idee, oder? Können wir... Oh, ich hab Angst, ich fahr hier gleich runter. Ich steh hier am Rand, ne? Ja, ich bin schon so zweimal runtergefallen. Ah, Jerry und Pascal. Ich hab kein Nichts zum... Hier. Ja. Ja, nee, ja, nee. Da ist, da ist eine Tonne. Hol dir die Tonne. Die Tonne? Das ist was? Nein. Nein. Die ist weg. Wo ist denn jetzt hier... Wo ist denn hier... Wurfanker? Ich kann keinen Anker machen. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt aber einen Speer. Ähm... Wo sind der Wurfanker? Plastik... Äh, nee... Stein. Ein Stein und vier Seile. Ein Stein und vier Seile. Richtig. Ein Seil könnte ich jetzt gleich machen. Ich kann dir ein Stein geben. Das ist gut. Oh, nee. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay. Ähm. Okay, ich hab... Ich hab... Ich hab... Okay. Ich hab einen Wurfanker. Ich hab einen Paddel. Ich hab auch so ein... So ein... So ein... Ähm... Gedöns um... Aber wir schwimmen ja voll drauf zu, ne? Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, obwohl, nee. Ich seh schon, wie wir so knapp an der Insel vorbeifahren. Echt? Ja. Jeremy, Pascal, kannst du nicht mal jemand anders nerven, okay? Ähm. Was? Nee, ich schau gerade nur wegen der Gerillen und so nem Zeugs. Achso, ja. Schau mal. Ja. Ja, brauchen wir erstmal ne Tasse. Brauche ich noch einen Kunststoff? Da hatte ich wenigstens eine leere Tasse. Reiniger brauchen wir ja noch. Ja. Ähm. Ja. Mein Fass! Witz, 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 witz. Kann ich nicht. Ach, lol. Echt, lol. Hast du Anker gelegt? Jetzt gerade. Ja, easy! Wir sind immer noch voll die Profis in diesem Spiel. Ja, aber wir brauchen erstmal hier Axt und so. Die Bange abzufellen. Ja, aber wir können ja zumindest so ein bisschen... Meinst du, das war jetzt doof, dass wir das gemacht haben? Wir können auch unter Wasser noch ein bisschen sammeln, ne? Aber wo ist denn Jeremy Pascal? Jeremy Pascal schwimmt gerade weg. Ja, ja, aber der kommt instant wieder, wenn du ins Wasser gehst. Wir können den halt zum bisschen... Oh, okay, er kommt wieder. Was? Jeremy Pascal. Das ist doch nicht so, dass ich's gesagt hab. Hier, wie mach ich denn ne Angel? Acht Seile! Äh, ja, lol. Ich hab gerade mal vier von diesen Palmbörtern. Ich habe eins. Stein Axt. Wie viel noch zwei Steine und zwei Seile? Ähm... Wie viel jetzt nur noch zwei Steine? Ich hab nur Schrott. Ja, da muss ich ja runter umsteigen. Ey, man kann jetzt hier Klamotten... Wir haben so Klamotten-Slots. Äh, das ist schlimm. Ja, ich geh auch runter. Was soll's? Ah, okay, hab ich aber angegriffen. Tau, ich will trotzdem noch einen Stein. Ja, ich hab schon einen. Er kommt wieder, er kommt. Aua. Ja, er hat... Er hat einmal an mir, ähm, schlaborliert. Können wir nicht hier... Nee, das geht nicht. Äh, ein Stein, dann kann ich ne Steinachse. Ja, ich hab einen Stein, warte ich mal auf dem Floß. Ich hab Angst, dass es irgendwie bei der Rinse durchpackt. Einfach rausschmeißen, ne? Ja, hier. Gönn dir. Dann kann ich schon mal... Dann kann ich die Sachen hier schon mal abbauen. Das ist geil, das ist sehr gut. Weil dann haben wir gleichzeitig noch Essen. Ja, das ist sehr gut. Das ist... Eine Mango. Ich fühl mich dezent gerade überfordert. Ey, ist das so lange her, dass wir das gespielt haben? Auf der anderen Seite hinten ist dieses Floßdingens, was untergeht, wenn man da drauf geht. Ach so. Wäre auch noch etwas. Fäll, Fäll, Fäll. Das kriegst du alles automatisch ins Inventar, ne? Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall sollten wir als erstes jetzt... Ähm, das Wasser-Ding machen. Und eine Angel und einen Grill. Ja, richtig. Ich mach mir mal selber eine Tasse. Das kann ich ja schon mal machen. Okay. Also, alle... Also, ich hab Schrott für den Grill und ich hab Planken für den Grill. Es fehlen die Seile. Ich hab zehn Palmenblätter. Wie viele Seile brauchst du? Drei. Ich hab noch ein Palmenblatt. Eins, zwei, drei. Okay, ich hab drei Seile. Okay, ich geh noch auf den Grill. Warte, warte. Das ist dann der Grill, ne? Mhm. Hast du noch sechs Palmenblätter? Ich hab vier. Fünf? Ach, kack. Genau, einer hat so wenig für das Trinkding, ne? Scheiße, das hätte man zuerst machen sollen. Ja. Ach so. Wollen wir noch ein bisschen unter Wasser was machen, oder? Ach so, du hast ja nur ein, gell? Was denn? Ein Palmenblatt. Ja. Hier. Warte, was bringt nochmal? Mango oder Kokosnuss Wasser? Ich hab aber Kokosnuss. Ach, stimmt. Ist doch egal, können wir beides essen, oder nicht? Ich mach mal dieses Grill-Ding jetzt, ähm, hier auf die Mittelplattform, weil die ist am safesten. Aber ich hab ja auch noch so'n Speer. Wenn er kommt, kriegt er aufs Maul. Hast du gehört, Jeremy Pascal? Ja? Dich mein ich. Doofkopf, du. Ich bin da. Ja, cool. Gebt beides. Kann ich Kokosnuss passieren? Ja. Ja, cool. Äh, Kokosnuss habe ich, äh, Kartoffel. Ah, cool. Das hast du. Weg, weg, weg. Ja, du brauchst nicht mehr. Oh, du brauchst nicht mehr. Ja, ja, das schaffen wir ja. Das ist ja, vier Schläge ist ja, nur reparieren musst du. Du hast den Hammer. Warum wählen die Wellen jetzt schon wieder so stark? Ich mag das nicht. Nee. Du wirst das reparieren. Ich werde seh krank. Du musst irgendwie den Modus vom Hammer ändern. Das fragen wir ja bitte nicht, wie. So. Schon ein bisschen größer. Ja, ich hab's gerade mit Rechtsglück. Okay, wollen wir dann weiter? Ich würde gerne noch ein bisschen hier unter Wasser, weißt du? Er kommt, er kommt wahrscheinlich zu mir. Ich war zuerst im Wasser. Ich seh nicht mehr, es ist zu dunkel. Okay, es ist mir eindeutig zu dunkel. Ja gut, dann könnten wir theoretisch das Ding wegmachen und ich paddel uns da Richtung Spur. Genau. Was denn? Soll ich's wegmachen? Ja. Und weg. Wollen wir da hinten dieses Dings mitnehmen noch? Siehst du's? Nee, ich paddel gerade in die Richtung. Hinter dir. Ja, siehst du's? Ja, da fahren wir jetzt ja drauf zu, ne? Ja. Das ist... Guck mal nach hinten, die Sonne. Das sieht ein bisschen creepy aus. Oh, jetzt ist sie weg. Ich seh dann. War grad zu rot. Ich muss es nicht mehr was sagen. Ja, es war nicht so richtig, Sonne zu erkennen. Oh, mein Haken ist fast kaputt. Kaputt. Ich mach nochmal direkt einen neuen. Man sollte immer gucken, dass man vernünftigen, vollständigen Haken hat. Oh, ein Palmblatt. Platt. Ich glaub mir das, da hab ich 6, dann kann... Achso, nee, weil ich glaub die Idee, weil du hast... Nee, alles gut. Ja. Für das Wasser trinken, Dings. Ja. Na gut, dann bin ich heute der Baumeister. Ich bin ja die... Ich bin ja... Ich bin ja vielen Planken, 5 Stück. Achso... Da kommen Planken hinter dir. Ja, ich hab da Planken hingeworfen. Ja, ja, aber da... Oh, ich wollt grad... Ich wollt grad markieren. Ich seh's nicht. Hier, bei mir. Ich seh's nicht. Hebs mal wieder auf. Ja, heb's wieder auf. Ich seh's nicht. Ist das weg? Oh, na scheiße. Da ist das Ding. Was ist denn das für Kackwetter hier? Das haben wir nicht bestellt, so. Echt, so? Wir müssen gleich fliegenden Wechsel machen, ne? Weil wir schwimmen ja immer weiter, ne? Weil wir haben gleich 15 Minuten. Wir sind bei 14. Just saying. Ja. So, mach schnell rüber. Rüber, rüber. Oh, nein. Ich hab das Ding gelootet. Kurz wieder rauf. Hä? Was? Ich kotze von hier drüben. E drücken. Achtung, Jeremy Pascal. Wo ist jetzt die Lutspur? Ich seh nichts mehr. Warum ist um uns herum ein weißer Schleier? Weil Regen. Guck mal, da fliegt ein Vogel. Stimmt. Weil Regen. Deswegen haben wir einen weißen Schleier um uns herum. Ich hab eine gebratene Kartoffel. Willst du diese gebratene Kartoffel annehmen? Ich hab ein Rezept Fischeintopf. Und Glas hab ich. Und ein Scharnier. Nee, ne, mach du ruhig. Einen Stein hab ich. Achso, ich hab vorhin einen Ton gefunden. Ähm. Ich hab dich echt gar nichts. Nee, ich auch nicht. Aber die Folge ist zu Ende. Müsst du nächstes Mal bei Domi gucken. Was wir hier so Schönes machen. Eh, eh. Holz, 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 Holz. Yeah. Zwei Holz. Okay. Bist du bereit? Ich stelle mich mal vor dich. Du siehst creepy aus. Du hast deinen Anker noch im Wasser. Deinen Haken. Nee, hab ich nicht. Doch. Ich sehe das Seil. Doch. Sie ist jetzt nicht mehr. Okay. Das war's mit dieser Folge. Müsst ihr nächstes Mal bei Domi gucken. Wie das chaotisch weitergeht. Werden wir überleben? Oder wird Jeremy Pascal gewinnen? Tschüss. Tschüss. Wo ist das? Nichts verpassen, nichts verpassen, nichts verpassen. Ah. Das mochte ich an diesem Spiel nicht. Das mochte ich an diesem Spiel nicht. T bibliothek ist ein sader Schritt. Der Eis in der Tatsache.